Digga, man, 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 man! Ist noch No Token Cookie. Haben wir noch irgendwelche Wünsche hier? Wollt ihr mich noch irgendwie nerven, Alter? Ohne Scheiße, das fuck mich so dermaßen ab, ey. Ey, dieser Gades, dieser Typ ist ja eigentlich total am Arsch. Es ist, ey, ohne Scheiß, der Typ, ich meine, sind manche Leute einfach nur ein bisschen kaputt im Kopf. Ich denk's mir manchmal echt zu, es sind manche Leute einfach nur echt... Boah. Ich hab ja keine Worte für diese Dummheit. Maybe we got a token here. Ich hab ja keine Worte hier. In The Sorrow, you cant. I would've had not even, I didn't even, even need to play The Sorrow, honestly. It was pretty decent of the Scallies at least. Ich glaube, wir haben die Leipa auch. Was wir können, ist es die Bananas für den Barren. Weil es gibt keine Reise zu buffen Barren in diesem Spiel. Very greedy, though. Probably a bit too greedy. Ja. Ja, Leipas are not great anymore, Whiteman being in the game. If Leipas are not good, why are you going for a Leipa comp? Because one of the only things you can do is stolen gold. So. Hmm. Bananas are great for the Hydra, at least. I guess we're putting the Hydra first now. Man, 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 man! Was ist das denn? Ist doch fucking unreal, man! Man! Kostet mir jetzt meine Quest und Leben, oder was? Das ist doch so dumm! Bullshit! Das ist nur Bullshit! Bock mir echt nicht! Ich bin ja auch schon. Aber... Wie? 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 warum gib mir in 13 prozent auch noch habe ich schon hier habe ich schon abgeschlossen mit der scheiße ja gleich die 13 ja ja echt ohne scheiß man das mir auch langsam alles so dumm die scheiße hier also der wird es mal weg gebannt aber ich habe keinen bock mehr ich lass mich verarschen also ich lass mich also wirklich we can roll for bearing here if you want to like bearing discovery i want this as well gold mama the gold mama doesn't really do anything oh i have to triple leap and i have them to go now it doesn't do shit rabies heads can get fucking work yeah i have to triple the bird and uh i guess we also rebound a leap her there i guess we also rebound a leap her there taunt i prefer this taunt though the shitty taunt nice baron ja was ich machen also ich bin kein zauberer das sagt das sagt noch mehr dieser hit war einfach perfekt für ihn oder ja i mean i can just level for the baron now okay Das war's für den Golden Leeper hier. Und ich könnte den Non-Golden Leeper Der Problem ist, dass wir dann werden wir rekt werden. Ja, das ist 4 Reeper-Hit. Ich meine, ich habe nicht so viele crazy Hits. Das Mantelcreen ist ein Problem. Ich habe einen Barren hier. Wir können auch anders spielen. Auch nicht wirklich. In der Minion Ball, you can just sell here. But play a second Hydra, you know. I'll sell this either way. I mean, Krog doesn't do anything anyways. Das ist ein Hydra-Mira. Das ist okay. An der Taunt could be good on the Leeper. Maybe get another Mama. An Parrot? Why would I do that? I like another Red Pack, so... Maybe get rid of the Hydra then. Maybe get rid of them bad. Why would I do that? Hmm.. You're winning. Keep that up! Probably the best I can do here. Holy fuck What the fuck Oh ja, snipe direkt die goldenen Mama, damit ich auch gar keine Hoffnung mehr habe, Alter Es ist immer Spaß, wenn ich gleich verrecke We're gonna geteht, das ist wirklich fast, wenn ich die We're gonna geteht, das ist wirklich fast, wenn ich die We're gonna geteht, das ist wirklich fast, wenn ich die I don't think we're dead though just need one baron dude I can already see the fucking white man I have to hope though Aaron for the win I don't know about that dude he could get another taunt oh he has a faux reaper right that's ugly yeah when the taunt doesn't redo a lot I think we actually have to put a mama earlier though maybe hold the taunt I mean if he has white man we are cucked anyways so Hmm, that Thore Reaper. Second Thore Reaper hit is the important one, I guess. Ah, Jackpot. Although, they're getting a lot of procs still. Might not be Jackpot for him, because we still have the second bird there. Yeah. I think this might be problematic for him. Dead. 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 I mean, Murloc Andy will just search for white, man. Not like we can do something about it though. Play a second Baron. Actually, yeah, you could play a second Baron. Not even dump, guys. Buy all the white mains. Yeah, all the white mains I'm seeing in the shop, you mean? We could taunt the red up. I want the red though. I think red is better than second bird. Another bird. Although, we could run the bird over the red. Okay. Those calls. Yeah, white man cucks it anyways, so. I just hope he doesn't get it back out. Man kriegt direkt den guten Hitman. Direkt den Nutt-Hit. Manchmal echt zu einfach. Leck mich. Shut the fuck up. Einfach, einfach das Maul halten. Wirklich. Das ist wieder so ein Hindsight Scheiß. Dafür kriegst du halt viel mehr Attacks und der Baron ist protected, man. Ey, ohne Scheiß, man. So ein dummes Gelabere. Ah. Path. Baron ist dead, ja? Was du hast du? Ah, ich probere. Und ja, wir sind gut. Hey, danke für banne ihn, wirklich. The thing is, it will take years to kill this guy. We can actually take it. So, like, it matters, yeah. But I tupped, uh, I mean, Seppard doesn't do shit for him. He literally just needs white main. I guess that's, like, the only way out for him. I mean, yeah, but white main is enough for him. He doesn't need anything else. Digger, warum kriegt denn der immer direkt den fucking Rattenhit, man? Reicht's mir aber auch mal. Boah, sind diese Hits scheiße, man. Ich kack mir gleich in den Stuhl, ey. Ohne Scheiß, man. Yeah, this, this bird hit was really good for us, so. Amazing. I think we're dead now, right? Because we don't have enough. I mean, do we have enough stats on our unit? Ah, we have, yeah, I guess. There's a second bird does it, easily. Because he only has two big Murlocs there. Probably he has. Okay. I mean. I hope he doesn't kill a Baron, so we can two-shot him. That's nice. Nice. So the thing is, I think I'm leveling. The thing is like, ah, he still needs one white main. You and your crew are mad victorious. I mean, there's an, the thing, I also like the Suwared a bit more toned, because if he has white main, it at least has a one in four chance, you know what I mean? So just get rid of the bird, I would say. I will level for, for damage. Ah, we could actually give this red some health, so it doesn't get bumped away again. You'll win it. Keep that up. What's so? Warum hat der eigentlich so ein mieses Luck, der Typ? Also mit diesen, mit diesen, also, na ja, wenigstens hab ich jetzt gute. Digga, hör jetzt auf. Ich sehe schon, wie er mir den Baron wegkloppt jetzt. Das ist trotzdem eine Frechheit, diese Hits. I think it's fine, because this hits now, right? Yeah, that's fine. Now we get so many reds. Hope it's fine. I think it's fine. I think it's fine. Yeah, that's just, we're already over it. It's turtles. Sorry, guys, it's turtles. It's turtles. It's Fascist. Oh, wow. Thank you. Okay. I think it's beautiful. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh. Oh, wow. Oh, wow. Geez, this is totally erste. Oh, wow. Don't hit the f***ing Barren, man. I swear, if you do it. It's insane that he didn't find one white main. The point currently is like yelling in German when five turns I roll for f***ing a white main. That would be literally me.